Ja, aber du übernimmst ja das Tempo vom Gehen rein, verräte ich. Ja, das ist ja beides gleich schnell. Also du meinst, dass es sich stapelt? Ja, wir wissen, ob beides 20% hat. Ach so. Müssen wir gleich mal testen. Ja, könnte noch hinkommen. Weil dann wäre die städtische besser. Hier. Ja. Ja. Ah, Gott, ja, Mann. Okay. Gut. Ja, und dann ist wieder alles komplett zu hier. Ah, es ist ein Perk drin von ihm. Ja. Das muss ich durchs Fenster gehen, aber nix. Oh oh, es ist so hinter mir. Ich bin ihn ganz leicht umgangen. Ich bin immer erst bei mir durch und ich bin einfach runter. Das ist so hässlich. Danke. Nein, ich mein, weißt du, die Geräusche auch irgendwie so... Bin ich zu fett? Komme ich nicht durch, ey. Der ist ein lecker Arsch. Ich weiß. Du musst mal was dagegen tun, ey. Ich renne doch schon. Was will ich denn noch machen? Ja. Hilf nicht gegen was, der Arsch. Elefantenkarsch. Mit Schrankern. Macht euch fertig wegen euren Ärschen. Yay. Hallo. Hallo. Der schränkt auf jeden Fall. Ja, das ist ja krass. Habe ich jetzt auch noch gesagt. Ah, mein Fresse. Hängt der hier oben, oder wo hängt der? Ja. Mann. Scheiße. Wie viele Portale kann der aufstellen? Sechs, oder? Äh, acht glaube ich sogar. Sogar. Ziemlich viel, nämlich. Jupp. Und wenn wir eins zerstören, hat er wieder eins, das wir aufstellen. Genau. Machst euch Zeit. Mit was? Na, guck mal ein. Äh, okay. Aber bitte nicht zu viel. Doch, doch. Wir geniessen es. Es ist ja ungewohnt, dass man die Kratsche vor uns sieht. Ich muss die ganze Zeit gucken. Hat er jetzt aufgegeben? Natürlich nicht. Ich könnte eigentlich mal einen Toten suchen. Ah, da ist eins. Ich wollte ihn auszwecksen und bin zurückgelaufen. War für'n Arsch. Ha, 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 ha. Pssch. Äh, nur ein kleiner Tipp. Falls ihr die Luke seht, ich hab'n Schlüssel. Mhm. Habt ihr da auch Lex? Nee. Nein. Also vorhin hattest du ganz verzerrte Stimme auch. Okay. Warte, die haben wir beide. Ja, der Disco hat's ja auch eine rote Verbindung gehabt. Ah, okay. Das kommt sich auch so. Hallig hat dich vorher das Toten abgebaut. Das Toten-Balken war schon komplett aufgeladen. Das dauert trotzdem noch vier Sekunden, bis das Toten weg war. Kann man warten. Das ist so. Das ist so brutal. Das ist so brutal. Nein! Was? Die Fische Richtung. particuliers. Besser. Achtung. 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 Orthenci. Achtung. Äh. Was? Nein, nichts hast du nicht Oh, nicht ganz sicher im Keller Alter, hat der hier hinten viele Portale? Oh Gott, du wirst noch weiter Ist das bei mir unten? Jetzt gehts wieder hoch Ich hab ein paar Terror bei dir aufgestellt, oder? Hier sind übrigens viele in der Nähe Mach noch eins in der Nähe weg Ja, ja Ja, da oben ist ein Portal Ja Okay, das hat er Kraft Ich muss wegrennen Ich log ihn weg, wenns geht Ich weiß nicht Nein, ich bin hängen geblieben Das gibt's nicht Okay, da, der aus hinten ist ein Portal Also bei der komischen Hütte ist offen, aber das weiß er Oh, äh Ah, hier Jo Ich darf nicht Ja Das darf er nicht Aha Sehr schön Sehr schön Sehr schön Ja